Ich kann aber auch irgendwie nur EINEN nehmen. Ach so. Dir auch? Bööö. Okay. Nöööä. Komm schon. Keine Zeit für euch Affen! Überg! Aber warum ziehen die hier im宿iv dann tiefer und mehr ab? Ach so. Ich bin basically wieder tot. Wb.. Ah, weggeboren! Voll weggehauen! So, aber... Kein Objekte, nichts! Komm mit! Ja, war mir fast klar! Wo ist der hin? Den sehe ich gar nicht! Wo ist der hin? Was ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Das ist zeitmäßig! Und ich will darüber! Komm mal kurz her! Ja, komm! Ich bin nicht rum! Ja, komm! Was tut, Alter! Kranke Schwein! Der Kiff ist weg! Meine Verwirrung! Okay, versuche ich jetzt mal rüber zu kommen und dann... ...siehen wir weiter! Noch drei von denen! Oh, ich hasse die jetzt schon! So... Könnt ihr ihn ja verstehen? War das ein Nein? Jaaa... Ich weiß... Ich weiß... Herbstblätter! Ich weiß... Du vermisst den Herz! Aber es ist bald zum... Ja, ich bin rum! Das willst du? Oh, das gibt's doch nicht! Jaaa... Ist gut! Ich bin auch ein Schleswig-Häpfler denn... Oh, f*** dich auch! Und Sinn! So eine Viecher sieht man immer wie zu viel! Das hat sich ja eigentlich... Genau, wenn ich mit etwas... The Plot... Okay... 9.210... Das ist alles in Ordnung! Das ist alles in Ordnung! So... So... Wie gesagt... Ähm... Ich hab den Kiefer jetzt, oder? Ja... Das ist schnell drauf! So... Nein! Ich hoffe, die Zeit zählt nicht mit! Das wäre ziemlich unruell! Ja, komm! Ich hab keine Zeit für dich! Ja, ja, komm! Auf! Geh! Zack! Oh, tschüss! Hallo, bald ich mal! Ich hab die Zeit für den Schrott! Einmal rüber! Einmal ausgesetzt! Einmal zurück! Froschge- Öh! Frosch genommen! Rüber! 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 Ausgesetzt! Rüber! Rüber! Ey, haben wir! Und jetzt? Boah! Was hast du denn? Was hast du denn? Springgewehr-Klippe halten! Was ist denn das alles? Warte! Achso! Ich muss immer mal verwenden! Ist mir egal! Ist mir egal! Ja, ja! Ich hab dich für so... Die falsche Personelisch! Okay! So, Kraft nochmal auf die! So wie immer! Hier ist es leicht! Jetzt guck ich jetzt noch was ich gefunden habe! Soooo! X-Sang, Nagel, Hörn, Jemanden, Märchen! Hehehehe! Ich hab was! Drago, Niederland, äh! Genau! Kristallschwert! Heckenschütze! Ich sehe da! Dieser Superschuss TST! Und Springgewehr-Clip! Okay! Oh, da geht's weiter! Ich muss mal bleiben! Oh, da liegt was! Da liegt was! Nein! Kann ich die irgendwie füttern? Ganz ehrlich! Die gibt mir das auch in Zünder! Ach man, hör auf! Ich war da nicht drin, äh! Meine Fresse! Ich will doch nur die Gelbe haben! Okay, warte! Warte! Springen! Da ist gewünscht! Warte! Wo ist der Unterschied zwischen... Frosch und... Yay! Okay... Was ist wenn ich jetzt weggehe? Ich check das ganze System, ich bin nicht... Boah... Oder... Ich weiß gleich wo ich hin muss, ich weiß nicht was das System ist, irgendwie... Ich weiß nur, dass ich sie aussetzen soll und es war zu schwer. Komm, hör auf! Das mag ich aber gar nicht. Platz! Und zack, boom! Das gleiche ist warum ich den Käfer durch den Frosch aus... Ich dachte die ganze Zeit so beides ist so... Ja... Nimm's beides... Ist halt guppli gesprungen, aber irgendwie doch nicht. Okay... 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 Da, ich weiß jetzt nicht was ich machen soll... Oh man... Ich kann dann nicht mal zurück... Okay... Das krieg ich nur raus, glaub ich... Bis man in MP leer geht... So... Ach ja... Komm mal auf... Ich habe... Einen... Frosch... Dieser Frosch... Wird gerne hier aus... Hier habe ich auch keine Chance nicht wohin zu springen... Wird er mich verarschen? Ich will hier aus... Ganz eindeutig, ich will hier aus... Ich bin so ein Genie... Ich bin so ein Genie... Was hab ich jetzt eingesammelt? Was ist das? Hä? Wann ich verarschen? Ich bin so ein... Ich bin so ein Genie... Schnell, ich bin so ein... Auch... hallo ich wollte hier rüber machen da hätte ich die sache aufwarten für was anderes verwenden können und dann ist das gelbe so attacke und ultima der Kopfhörer dieses Ultima vor hat er auch gerade an auch egal habe ich nicht aufgepasst zockt, nimmt das Play auf, aber nicht auffallen, das nehme ich dir 210, alle in plus 1, perfekt ich wollte fragen, wie geht es hier am Anfang, aber ne ok, folgendes ich mache jetzt mal den da hin kurz und mir den nächsten genau so langsam weiß ich, wie das System funktioniert die Viecher gehen wir dann noch im Zimmer erster macht jetzt und ich muss noch ein bisschen aufholen mit der Angriffskraft, glaube ich herauf gegenangriff müsste mal dupliziert werden das ist ja auch voll geil ok das lustige ist, als ich angefangen habe, so ganz nach dem Motto ach, ok, mach's mal mach's mal ein, zwei Folgen und das war's denn aber wie ich halt gesagt habe, wenn ich halt anfange zu zocken, dann ist es so bist du drin, dann willst du nicht aufhören ne das habe ich dadurch jetzt gefunden alter, was ist das hier für ein Wald yes die Nähereverband erhalten die Nähereverband bestimmt hier oder auch nicht das ist ein Nähereverband das ist ein Nähereverband aber man überall geht drauf, aber nie, wo es so richtig ist kosmodee zelt, die Nähereverband doch irgendwie war warum hab ich das vor nicht gesehen wo ist das Mineraverband das ist hier nicht wir können das nur bestimmte tragen das ist mir aber neu das ist mir aber neu was ist das hier nö nein doch nur sie ehrlich das ist doch cool aber warte, bevor wir uns in den Kampf stürzen muss ich sie glaub ich aufladen das wäre besser so nein coole Sache warte mal dann hol ich mir gleich das Geld mehr noch jetzt mach ich aufm Rückweg glaub ich, oder? ja jetzt mach ich aufm Rückweg der ist glaub ich sinnvoller der ist glaub ich sinnvoller dann spuck raus ich will doch wissen, was ist irgendwie ja danke freut dich an ihr weiter geht so ich bin ganz erschrocken wie dann so dich das sich an ihr ab und dann noch kommt ein Gegner drei ne zahl ja komm schon dann mal du und noch kein Zeitpunkt ja egh das Das kriegen wir auch noch gebacken, Engus. Ja, bei der Fehl. Jetzt aber Ultima! Mit der Ultimativen Attacke und den Ultimativen starken Ge... Wieso hat meiner nur 7.41? Alter. Ich glaube, ich halber klaut. Wiederherstellung, Reproduktion. Wie gesagt, das ist alles reproduziert. Bis einmal im Dreh dabei, dass es reproduziert werden könnte. Hauf so durch. Muss ich's dran. Verdammt. Egal. So, hab ich abgesetzt. Ja, wo war der zweite? Hier ist der zweite. Da muss ich auch noch langweilen. Boah, der Wald ist riesig und Spaß. Zack. Achso, ich war gut. Yeah. So, jetzt geht's höher. Wenn ich höher kann. Überhaupt, ja. Hier aber nur. Ich find die Wald voll interessant. Sind wir zwar Waldkinder, aber sehr egal. Das ist ja egal. Ach, jetzt weiß ich auch, warum ich so wenig hatte. Jetzt geht's schon viel, etc. Jetzt möchte ich jetzt erst. Okay, 1001 geht's dazu. Keine Effekte. Perfekt. Aha. Aha. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Da soll. Oh. Taiponal. Das ist aber, glaube ich, wie ihr Dings kriegen hier für. Ähm. Ja, ist nett. Na, ihr wisst schon. Und... ...type... ...por... ...por... ...äh? Hatte ich type und schon? Mal gucken. Wo ist denn, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Das glaube ich da auch nicht. Hä? Die Substanz ist das nicht, oder? ja man hat heute schon alles nicht cool ich habe kein teil bekommen das ist der substanzverquatsch oder das ist der beste ja ja viel erreicht da ist ja nicht halt von daher ist halt alter bin sprachlos ich habe eine neue bestie die gläufe zum einen auskommen wird soja kann man nie kurz und ulin war unter barmuth alter was soja kann man die gläufe zum einen auskommen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020